Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video soll es um das Thema Business Mindset gehen. Und ich weiß, einige von euch finden das Thema vielleicht nicht besonders interessant, für andere wird es sehr relevant sein. Dieses Video richtet sich aber an junge, wie auch bereits erfahrenen Unternehmer. Nämlich die Aussage, die ich heute mit euch teilen möchte, denke ich, wird extrem wichtig für euch sein und wird auch vielleicht einige Leute zum Aufwachen bewegen. Nämlich die Aussage ist die folgende, sei nicht zu faul, das Richtige zu tun. Über die letzten Jahre habe ich immer wieder mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich merkte, das sind wirklich tolle Leute. Die wollen gute Produkte entwickeln, die wollen einen wirklichen Mehrwert an die Kunden weitergeben und die sind nicht da, um ihre Kunden abzuzocken. Genau diese selbe Einstellung teile ich auch. Bloß ich hatte natürlich auch viele Leute, die sich bei mir gemeldet haben, wo ich zum Beispiel schon mal angefangen hatte, mit den Leuten zu sprechen, wo wir die Kooperation besprochen haben, wo ich aber dann einfach merkte, okay, diese Personen wollen nicht das Beste vom Kunden. Die wollen eigentlich nur den Kunden abzocken. Und sicherlich mag das vielleicht im Short-Term funktionieren, bloß im Long-Term kommt alles wie ein Boomerang zurück. Und genau deswegen kann ich dir folgenden Tipp geben, sei nicht zu faul, das Richtige zu tun und das in jedem Aspekt deines Lebens. Zum Beispiel, wir alle haben höchstwahrscheinlich, müssen Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind und wir müssen viele Dinge erledigen, die wir nicht machen wollen. Zum Beispiel gerade Unternehmer, Steuererklärung, solche Dinge. Man muss grundsätzlich immer versuchen, on top mit allem zu bleiben. Man muss die Rechnung zur richtigen Zeit schreiben oder zumindest sollte man das machen. Man sollte grundsätzlich immer auf E-Mails antworten. Man sollte sein Bestes geben, wirklich auch ein guter Unternehmer zu sein. Und wenn du halt viele Dinge einfach aufschiebst und Dinge nicht tust, dann ist das meines Erachtens nicht die richtige Entscheidung. Weil schlussendlich wird es dir dann immer im Long-Term leid tun. Genau deswegen versuche ich immer folgendes zu machen. Wenn es Entscheidungen gibt, die mir schwer fallen, wenn es Aufgaben gibt, die mir schwer fallen, dann versuche ich diese jetzt sofort zu erledigen. Das heißt, ohne wirklich dann nochmal zehnmal darüber nachzudenken, versuche ich die Dinge jetzt sofort zu tun, weil ich halt weiß, dass es das Richtige ist, genau diese Dinge zu tun. Genau deswegen ist halt auch mein Tipp an euch, übertragt diese Denkweise auf jeden Aspekt eures Lebens. Zum Beispiel eine Sache, mit der ich für viele, viele Jahre ein Problem hatte, ist trainieren zu gehen und gesund zu leben. Und ich habe mich jetzt wirklich dazu gezogen, relativ gesund zu leben und doch zumindest zwei-, dreimal die Woche zum Sport zu gehen. Das sind Sachen, die ich halt wirklich nicht machen möchte, weil ich sie abgrundtief hasse. Bloß schlussendlich weiß ich, dass es das Richtige ist und genau deswegen tue ich es. Und das kann man halt wirklich auf jeden einzelnen Aspekt übertragen. Zum Beispiel nehmen wir an, du bist noch kein Unternehmer und weißt, dass du in, sagen wir mal, ein paar Wochen dein nächstes Examen mit der Uni hast. Dann weißt du ganz genau, dass es jetzt das Richtige ist, dich vorzubereiten und nicht das Ganze aufzuschieben. Und egal, was ich tue, ich habe immer in meinem Hinterkopf, es ist das, wenn es das Richtige ist, dann tue es jetzt sofort. Nämlich, es ist grundsätzlich immer problematisch, wenn du Dinge, die wichtig sind, die richtig sind, die du unbedingt tun solltest, wenn du die halt aufschiebst. Und das ist nur so eine Sache, die ich mit euch teilen wollte. Nämlich, ihr werdet gerade als Unternehmer immer wieder mit Leuten zusammenarbeiten, denen ihr wirklich nicht vertrauen könnt. Vielleicht am Anfang vertraut ihr den Leuten, bloß dann schaut ihr mal hinter die Kulissen und denkt euch, meine Güte, das ist kein guter Unternehmer. Beziehungsweise, das ist eine Person, die nicht das Beste vom Kunden möchte. Das ist eine Person, die Leute abzockt und so weiter und so fort. Und genau deswegen versuche ich auch immer mit euch extrem transparent zu sein. Deswegen gebe ich viel Mehrwert, weil schlussendlich, ich habe nichts zu verstecken und sage halt immer, das, was ich euch hier gebe, kommt von Herzen. Und vor allen Dingen versuche ich halt immer mit dem, was ich tue, das Richtige zu tun. Genau deswegen antworte ich auf eure Kommentare. Genau deswegen versuche ich immer, möglichst viel kostenfreies Wissen rauszugeben. Und grundsätzlich auch versuche ich immer, bei der Kommunikation mit Leuten möglichst verlässlich zu sein, auch wenn ich natürlich manchmal relativ lange brauche, um auf Dinge zu antworten. Ich versuche dennoch immer, mein Bestes zu geben, möglichst schnell zu antworten, auch möglichst detailliert zu antworten, Fragen zu beantworten und so weiter und so fort. Und hinsichtlich auch solchen Dingen, wie zum Beispiel Steuererklärung, schiebt das nicht auf, macht das. Auch zum Beispiel, wenn neue Gesetze rauskommen, du ärgerst dich darüber, dass diese neuen Gesetze durchgekommen sind. Wie zum Beispiel Artikel 13. Wenn das Ding durch, oder es ist ja praktisch durchgekommen, aber wenn es genauso auch dann ins deutsche Recht, oder ins nationale Recht hat, umgewandelt wird, dann muss ich halt schauen, was ich damit mache. Und es ist nicht so, dass ich dann halt das Ganze aufschiebe und warte, 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 bis es anfängt zu brennen. Nein, ich versuche den Schritt zu gehen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und genau dasselbe war es auch zum Beispiel bei der Datenschutz-Grundforderung. Viele Leute haben gewartet, ich habe es sofort am Anfang gemacht. Also das ist halt immer so ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben kann. Versucht immer on top mit Sachen zu sein. Versucht Dinge immer schnell zu erledigen, dass sie auch wirklich erledigt sind. Und vor allen Dingen versucht auch Dinge nicht, vielleicht nicht zu schnell zu erledigen. Nämlich, ich probiere immer Dinge schnell zu erledigen, in dem Sinn, dass ich sofort damit beginne, diese Dinge anzugehen. Genau deswegen probiere ich halt auch immer, wenn ich neuen Einkommensstrom sehe, den sofort aufzubauen. Bloß wenn du zum Beispiel zu schnell vorgehst, kann es natürlich auch sein, dass du Dinge übersiehst. Also sei wirklich ein Experte in deinem Gebiet. Bilde dich fort. Die Zeit ist es in den meisten Fällen wert. Und schlussendlich, denke dir immer, sei nicht zu faul, das Richtige zu tun. Egal in welchem Aspekt des Lebens. Es kostet extrem viel Überwindung. Und es wird sicherlich lange Zeit dauern, bis du an den Punkt gekommen bist, wo du wirklich dieser Philosophie folgen kannst. Bloß schlussendlich, wenn du dieser Philosophie folgst, dann wirst du meines Erachtens erfolgreich. Weil du ganz genau weißt, dass die Schritte, die du gehen musst, du tatsächlich auch gehen wirst. Du wirst bessere Noten haben. Du wirst erfolgreicher werden. Vielleicht mehr Geld verdienen. Ich bin jetzt gerade auch dabei, wie gesagt, gesünder zu leben, mehr trainieren. All diese Dinge werden dann höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass ich vielleicht, ja, wie gesagt, einfach besser aussehe. Oder wie auch immer man das, ja, bezeichnen möchte. Oder auch zum Beispiel beim Geld. Ich merke, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen neuen Einkommensstrom aufbaue, dass es viele Fragen gibt, die ich bisher nicht geklärt habe. Dann schreibe ich meinen Anwälten, zack, kläre die Fragen, fang direkt am nächsten Tag an, die Einkommensströme aufzubauen. Und versuche den auch zu skalieren. Immer weiter, immer weiter, weil ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist, dies zu tun. Das war es aber nun für das heutige Video. Sei nicht zu voll, das Richtige zu tun. Das ist die Aussage heute hier an dich. Versuche diese Philosophie umzusetzen. Ich glaube, sie ist halt übertragbar auf jeden von uns. Und wenn ihr, wie gesagt, diese Philosophie umsetzt, dann wird euch das gigantische Mehrwert und auch anderen Leuten übrigens in eurem Leben bringen. Aber gut, das war es dann für das heutige Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, gehe gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.